So, und da sind wir, endlich wieder Splatoon, endlich wieder Splatfest, und wir gehen gleich rein, ähm, wenn, äh, wenn die drei Herrschaften und Frauschaften da hinter mir ein bisschen reden, ich mach mal gespielt, äh, den Ton ein bisschen leiser, ähm, möchte ich kurz etwas sagen, und zwar, es waren jetzt schon eine Weile keine Splatoon-Videos mehr hier, aber auf dem Kanal, äh, das letzte Splatfest, das hab ich komplett aufgenommen und hab es immer noch nicht hochgeladen, beziehungsweise gestreamt, das kommt auf jeden Fall noch, das Thema, ähm, äh, äh, was ist am kuscheligsten oder was ist am, 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 am flauschigsten an, an, an Frühling, ja, ähm, das hab ich alles aufgezeichnet, aber ich hab's bisher noch nicht geteilt, weil es gab, äh, andere Dinge zu tun, nämlich, wir haben, wir schreiben heute den 19. Mai, das heißt, in 10 Tagen ist der 29. Mai, das Jahr der Supernova, ihr wisst Bescheid, alles weitere sage ich später dann während dem Spielen, ähm, wir haben hier nämlich das Thema am Splatfest, was tun, wenn die Welt untergeht, ja, gehen wir ins Alltagsleben, ähm, arbeiten wir eine Löffelliste ab, ich wusste gar nicht, dass man das Löffelliste nennt, also, Dinge tun, die man schon immer tun wollte, oder versuchen wir die Welt zu retten, ihr wisst, eigentlich bin ich der Weltretter-Typ, aber ich möchte mal wieder blau spielen, also mit der blauen Farbe spielen, und das, äh, tue ich dann auch, ähm, ja, was gibt's sonst noch zu berichten, ähm, wie gesagt, äh, das, äh, das, äh, das Jahr der Supernova, äh, der Monat der Supernova, äh, ist auch egal, am 29. Mai feiern wir nämlich 10 Jahre Blau, das ist das Erste, also 10 Jahre Escape from Planet Earth, und auch 10 Jahre Maddie Frogpoint Comics und das Release von meinem allerersten Buch, das unter dem Namen Kipp Supernova erscheinen wird, jawohl, ähm, wer mich auf Instagram oder Facebook, äh, regelmäßig verfolgt, was ihr ja bestimmt alle tut, dann wisst ihr da auch Bescheid. Es gibt noch ein paar andere Dinge zu sagen, und zwar, äh, solange die hier hinter mir noch reden, ähm, gibt's noch ein paar andere Dinge zu sagen, und zwar, es gibt ja immer noch auf, äh, der Nintendo Switch, äh, die Anbindung an, äh, Twitter und Facebook, das bedeutet, man kann Screenshots auf diesen Plattformen über die Switch teilen. Ich hab ja da Twitter immer, äh, genutzt, äh, immer wenn's Blattfest war, hab ich das genutzt, um, um, ja, um eben auf Twitter das zu zelebrieren und auch die schönsten Momente einfach als Bild festzuhalten, zu zeigen, ähm, und dass man sie auch selber runterladen kann. Äh, dann hab ich eine Weile das auf Facebook getan, war, wobei auf Facebook, man kann nicht auf einer bestimmten Facebook-Seite das teilen, sondern nur auf seiner wirklichen, ähm, real, real-name, äh, Seite, äh, Profil, was wirklich lästig ist, was, ähm, dann bin ich, hab ich es wieder gewechselt auf Twitter, hab aber erfahren, dass, äh, jetzt, wo ja Twitter endgültig, äh, weg ist, sondern es jetzt x.com heißt. Meiner Meinung nach klingt das wie der Name einer Firma, eines Supergangsters aus James Bond, ne, Elon Musk, der Zerstörer von Twitter, ähm, und, äh, nicht nur das, äh, dass ich jetzt sage, okay, ich teile eben, oder die Screenshots auf, Screenshots auf Twitter, ich werde nicht x sagen, das ist Twitter, ähm, aber, äh, nicht nur, dass dieses, äh, blöde x mir, äh, unsympathisch ist und ich das auch nicht weiter unterstützen möchte, was ich ja schon mal, äh, gesagt habe und angekündigt habe, äh, diese Funktion soll angeblich auch demnächst abgeschaltet werden, ähm, deswegen, ich werde mir eine Alternative überlegen, weil ich möchte natürlich die Screenshots, äh, weiterhin, äh, zugänglich machen, so, äh, zugänglich machen, damit ich auch alleine schon selbst Fotos oder Bilder habe, Screenshots, um, äh, für Sandnails, um die für Sandnails zu nutzen. Es wäre toll, wenn, äh, Meta diese Funktion auf Threads oder Threads oder auf Instagram irgendwie, ähm, ähm, implementieren könnte. So, ich habe mich für blau entschieden, äh, beziehungsweise für die Löffelliste und das Shirt, es sitzt, wackelt und hat Luft und sieht richtig gut aus und wir gehen rein ins Spiel, ähm, es ist übrigens jetzt, was man da hinter mir sieht, da ist noch kein Splatfest, das war jetzt der Tag vorher, äh, weil, wie gesagt, ich kann leider euch nicht live, äh, hier kommentieren oder live, weil, äh, live dies, äh, sogar streamen von Switch, Switch, von der Switch, von der Nintendo Switch, weil, na toll, jetzt stand mir hier dieser, dieser Jellykopf im Weg, im Bild, ah, toll, ähm, sondern ich muss auf Aufzeichnungen zurückgreifen und die danach, äh, äh, kommentieren, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Was immer noch ein Problem ist, ist, dass ich keine Amiibos einscannen kann, also ich mache ja immer gerne Fotos mit meinen Amiibos, äh, geht nicht, weil dann kann man auch verschiedene Stile irgendwie bei den Fotos, äh, machen, geht aber, wenn man allein ist auf dem Foto, mit der Fotografierfunktion, seltsamerweise nicht. So, ihr seht's an der Farbe, es ist noch kein Splatfest, das war der Tag vorher, ähm, ich erzähle noch ein bisschen was, weil, äh, im Hintergrund läuft dann noch das Aufwärmspiel, das Aufwärmvideo auf einem Spiel. Moment, einen Schluck trinken, dann sag ich noch ein bisschen was, äh, äh, wegen der Sache, wegen Streamen und, und, und so weiter, also es, ähm, der Plan steht weiterhin auf Kips Laboratory, äh, Link für den neuen Kanal ist in der, äh, auch in der Videobeschreibung, steht weiterhin der Plan, äh, dort, äh, auf YouTube Games zu streamen, nur bei mir ist es eben zeitlich immer sehr ungünstig, aber ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub und der ein oder andere Tag wird dann übrig sein, endlich mal Firewatch zu spielen und vielleicht auch das eine oder andere Game. Äh, auf Kips Laboratory möchte ich, äh, meinem Stil treu bleiben und, äh, so in Richtung Story Games und Science Fiction, aber vielleicht auch mal gruselige oder unheimliche Games zu spielen. Jetzt nichts, was jetzt so richtig deep ist mit, mit, mit Jumpscares oder so, oder etwas, was so mega stressig ist, sondern es soll eher, ja, die Streams sollen eher entspannend, äh, sein als stressig. Action gibt es hier und zwar satt und natürlich sind mehrere Spieler wieder raus, ha, toll, naja, äh, sind wir ja gewohnt, es ist ja nicht weiter tragisch und damit ich auch, ich habe ein paar tolle Spiele auf der Switch, äh, entdeckt, die man auch in der Demo-Version kostenlos anspielen kann, ähm, die auch für den, äh, Kips Laboratory Kanal, sich eignen würden. Vielleicht mache ich aber auch Aufzeichnungen dann für diesen Kanal, äh, so wie die olympischen Spiele mit Sonic und Mario, die ich immer noch nicht fertig gespielt habe. Jetzt wird es langsam Zeit. Vielleicht, äh, werde ich aber auch die, die, äh, Olympia Paris 2024 Version, äh, mir zulegen, weil ich glaube, Tokio ist jetzt doch schon eine Weile her, ähm, und, ja, es gibt noch ein paar andere Spiele, die ich, aber ich, wie gesagt, ähm, da steht auch auf dem Plan so eine Olympia, so ein Olympia Special, ähm, dann lege ich mir die, das aktuelle Olympia Spiel zu für die Nintendo Switch, falls es die gibt. Gibt es die oder gibt es die nicht? Keine Ahnung. So, ja, endlich blau, wunderbar. Blau, die Farbe der Freiheit und der Hoffnung und der Sehnsucht. Und, ja, auf der, auf der Mantamaria, ja, ich liebe dieses Schiff. Ähm, ja, äh, ja, bei Stream war wir, das wollte ich jetzt noch sagen, weil es gibt ja auch, äh, ruhigere, entspanntere Spiele für die, äh, Switch, die ich gerne zumindest mal anspielen möchte, um zu gucken, äh, ist das etwas, wo man dann auch, ähm, Geld investieren, ähm, möchte. Und, äh, das würde ich gerne streamen. Äh, wie gesagt, ich arbeite daran, bam, ich arbeite daran, dass ich, äh, auch mit der Switch streamen kann. Oder zumindest direkt aufnehmen kann. Oh, wenn ich direkt aufnehmen kann, dann kann ich auch streamen. Ähm, soviel ich das verstanden habe, brauche ich lediglich einen neuen Monitor, wegen HDMI-Anschluss. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, weil der Monitor, den ich jetzt habe, der hat auch HDMI, aber irgendwie nur in eine Richtung oder, naja, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ähm, steht das auf dem Plan, äh, ist also keine riesige Kostenfrage. Aber, äh, wenn man den einen Monitor gekauft hat, dann wohin mit dem anderen? Vielleicht wäre der als Fernseher umfunktioniert. Mal gucken. Fernseher, ja, das ist das gute Stichwort. Ich habe auch an meinem Fernseher versucht, dann das einfach die, die Switch mit dem Computer irgendwie zu koppeln und da dann zu stören. Es hat alles nicht funktioniert. Äh, hm, ja, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dieses Rennungsboot, das kann man auch einfärben, das wissen viele nicht. Da kann man nicht reinspringen und nichts, aber sie ist einfärbbar. Ähm, finde ich ganz toll. Äh, ja, ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Nicht mehr viel. Äh, wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen hoffe ich, dass ich einen, äh, äh, endlich mal Firewatch spielen und streamen kann. Ich rechne jetzt auf dem, na toll, ich rechne jetzt nicht auf dem Streamkanal mit allzu vielen Zuschauern. Ähm, nur es ist so, ich möchte das deswegen machen, weil so Spiele wie Firewatch oder Rory, diese, äh, Storygames, die sehr lange gehen, äh, die möchte ich gerne, äh, ja, wenn es geht, in einem Stück oder in einem großen Stück dann teilen. Und ich möchte jetzt kein 3-4 Stunden Video hochladen und dann habe ich gedacht, ich streame es einfach und dann ist es auch sofort, äh, verfügbar. Ähm, ja, äh, natürlich kann ich auch das, äh, alles aufzeichnen und dann in mehrere kleine Videos aufteilen. Ähm, das würde auch gehen, aber wie gesagt, ich habe Bock, mal wieder zu streamen und für längere Streams eben diesen, äh, separaten Kanal. Wenn, äh, ich, äh, Splatoon streame, was auch, was ich auch tun werde, also ich werde die Splatoon, also die Splatfest aufzeichnen, werde ich streamen, wo ich vielleicht mal was sage, vielleicht auch mal nichts sage und einfach, äh, automatisch das Programm laufen lasse. Äh, das mache ich weiterhin auf diesem Kanal, damit keine Verwirrung entsteht, äh, bei Game-Technisch ist auf, äh, diesem Kanal, auf dem Hauptkanal zu 90% Splatoon-Content und eben dann Science-Fiction-Content, Science-Fiction-Content oder ich spiele eben irgendein Spiel dann, äh, auch mal an. So, das erste Spiel, natürlich verloren, ach, was heißt natürlich verloren, ähm, aber dabei sein ist alles, ähm, ja, coole Pose mit diesem Hand, mit diesem Halstuch, boah, not bad. Ähm, ja, ich gucke mir die Outfits von den anderen, äh, immer wieder so ein bisschen an und gucke, ist da irgendetwas dabei, was man vielleicht mal bestellen könnte. Ähm, wie man weiß, es gibt ja Outfits, die sind nicht bestellbar, sondern die muss man sich erspielen und zwar bei, äh, bei der Berg GmbH und, ähm, das heißt, man müsste mal wieder Salmon Run spielen. So, das soll's dann für dieses Video gewesen sein, im nächsten Video sehen wir uns dann schon auf dem Splat-Fest. Das war's, bis bald, danke fürs Einschalten und ich, ah, bevor ich mich verabschiede, hier gibt's was zu bestellen und zwar Gummistiefel. Ja, das hab ich jetzt hier vergessen, bei Monkey, ich hab Gummistiefel bestellt, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal in Gummistiefeln. Endlich wieder mal Gummistiefel, jawoll. Und, äh, was ist das? Ich wusste gar nicht, dass man da hoch kann, kann man da, kann man da durchschwimmen? Kann man da durch, äh, nein, nein. Ist das gewollt, dass man hier hoch kann oder ist das ein Zufall und, oh, ist das eine Seidenstraße? Äh, ist das eine Seidengasse? Ah, ich glaub, das ist schon gewollt, dass man da hin kann, sonst könnte man da ja nicht hin, ne? Hm, komisch. Ah, lustig. Also, ach, ihr seht, hier wird schon aufgebaut für das Splat-Fest. Also, jetzt aber. Wir sehen uns wieder auf dem Splat-Fest, diesmal dann in Gummistiefeln. Kipp Supernova, over and out.